Dieser Semi-Tieflader ist ein sehr gutes Beispiel für unser Serienprogramm. Dennoch so gut ausgestattet, dass ein Großteil unserer Kunden dieses Fahrzeug sofort einsetzen kann. Durch die serienmäßige Bauweise können wir eine schnelle Lieferung garantieren bzw. haben diese Fahrzeuge auch auf Vorrat gefertigt. Das befahrbare vordere Podest ermöglicht den Transport von zwei Baumaschinen. Durch die zweite Königssapfenposition ist die Verwendung einer zwei- oder dreiachsigen Sattelzugmaschine möglich. Thus be 365 Durch